So, zack. Könnt ihr mich sehen, könnt ihr mich hören. Ich denke schon, moin lieber Trickser und herzlich willkommen zu diesem neuen Livestream. Es ist wieder Zeit, Penn & Teller Fool Us zu gucken. Eine neue Folge ist online, beziehungsweise eigentlich schon wieder eine neue, aber ich muss auch auf die von letzter Woche reagieren. Deshalb herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid und ich hoffe, ihr habt alle richtig Bock mitgebracht, denn jetzt können wir uns richtig schön, liebe Freunde. Was ich noch sagen wollte, vor zwei Stunden ist meine neue Folge... Was ist denn jetzt los? Meine neue Folge Frag MrTricksXL online gegangen. Ich danke euch allen für die mega süßen Reaktionen und die mega süßen Kommentare. Es ist richtig schön zu sehen, dass ihr die Arbeit zu schätzen wisst. Ich habe ja gestern den kompletten Schnitt gestreamt, neuneinhalb Stunden lang. Das war richtig killer. Aber jetzt... Pause es mal wieder, Kater Stream auf Insta. Jo, Pfiffer. Aber jetzt wird es Zeit für einen Fool Us Stream. Heute Abend kommt jemand ganz Besonderes vorbei und die nächsten Tage werden eh völlig krank. Das seht ihr dann aber alles. Die nächsten Tage kommen wir jetzt zur neuen Folge Fool Us mit Penn. Und Teller, liebe Freunde. Ich muss noch einmal kurz den Ton von Fool Us ein bisschen lauter machen. So, let's go. Schreibt mir gerne, wie die Lautstärke ist. Im Vergleich zu mir. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ba-ba-ba-da. Ba-ba-ba-da. Genau, schreibt mir gerne mal kurz in den Chat rein. Bin ich zu laut? Bin ich zu leise? Wie sieht das aus, Freunde? Bisschen lauter. Was soll jetzt lauter? Oh yeah. Es geht los. Es geht los. Perfekte Lautstärke. Jo, das freut mich. Alles klar. Okay, wenn es passt, dann passt es. Ja, Hashtag Logik. Okay. Willkommen zu Fool Us. Heute gingen wir in ein magisches Raum, wo das Unmögliche wird möglich. Wenn ihr nicht in die Augen glaubt, dann haben unsere Komponenten ihren Job gemacht. Glückwunsch haben wir ein paar Experten, die für die Hande zu sehen sind, sehr über 2020. Bitte willkommen, unsere all-seeing-Masters von Magik, Penn & Teller. Hey, was denn jetzt? Manche sagen lauter, manche sagen leiser. Was wollt ihr denn jetzt? Ich bin voll verwirrt, ey. Egal, ich gucke jetzt erstmal so und gleich sehen wir das so. Penn & Teller werden versuchen, alle Magikern sehen. So, Damien James. Mein Name ist Damien James und ich mache Kontrollquism, Spezialeffekte und Magik. Ich habe immer schon ein schüttiger Person, also ein Puppet war ein Weg, um aus meinem Schell zu kommen, weil sie können mit nichts kommen. Wer ist Penn & Teller? Das finde ich cool. Ich habe immer noch eine Prostetik und ich habe verschiedene Charaktere gespielt. Okay. Ich habe einfach so ausgesprochen, als ich als ein Wieser hinter dem Kürtchen. Die gleichen Techniken, die von Hollywood gemacht werden, sind es eigentlich eine andere Karriere für mich. Wo ist meine Karte? Wo ist meine Karte? Heute werde ich mich als selbst performen, nicht in Prostetik oder als Charakter. Es wäre eigentlich wirklich cool, wenn Penn & Teller als Ventriloquist zu verhören, weil ich weiß, dass Penn Jillette absolut Hates Puppets und Ventriloquist liebt. Aber das Gefühl ist neutral. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Freunde. Es ist Zeit, um in den bizarren Welt von Damien James zu verhören. Danke sehr. Okay. Ich frage euch eine Frage. Zeitreise. Was würdet ihr machen, wenn ihr die sehr Fabrik von Zeit und Raum selbst verhören könntet? Was würdet ihr machen, wenn ihr Zeitreisen könntet? Ich würde die Lottozahlen vorhersehen und beim Lotto mitspielen. Okay. Okay. Das kann nicht so aussehen, wie eine Erklärung von Zeitreisen, aber das ist das Schabbi-Chic-Retro-Modell. Ich habe extra gekauft, um es zu sehen, um es zu sehen. Ich kann euch sagen, dass es relativlich sicher ist. Alles, was ich tun muss, ist, um den Flux-Kapasitor zu sechs Monate aus dem Moment zu verhören. Okay, er ist jetzt sechs Monate in die Zukunft gereist. Wow, was ein Reise. Sechs Monate in der Zukunft. Ich kann es nicht glauben. Aber, du weißt, viel hat in den letzten sechs Monaten verändert. Zum Beispiel, wir benutzen nicht mehr Sprache, um zu kommunizieren. Wir benutzen nur Emojis. In fact, ich habe eigentlich einige Bildungsflashkarten, die von den Kommunikationsprogramm des Präsidenten, Donald J. Trump, der Schule. Obwohl, das nicht wirklich nachvollziehen, in sechs Monaten ist das, was alle Schulen sind. Aber, ich brauche die Unterstützung von jemandem. Kann ich dir, Alison, um einen Moment zu sein? Alison Hannigan. Okay. Ich bin gerade sehr verwundert daran. Falls das gerade Forst gewesen könnte, wie man mit solchen Dingern forcieren soll. Jetzt, ich habe ein bisschen Skeptismus in der Publikation. Vielleicht sind einige Leute nicht wirklich glauben, dass wir sechs Monate in der Zukunft reisen haben. Und ich verstehe das. Aber ich kann es prüfen. Wer besser, um mich zu helfen, zu versuchen, den heutigen Tag Penn und Teller, als von sechs Monaten in der Zukunft, den neu genannt, Teller und Penn. Okay. Das ist Teller. Und dann hörst Penn. Ja, als ob in sechs Monaten man so viel Altert. Wow. Teller, Penn, what an honour it is to be on stage with you. Who are you? Well, I'm Damian James. Who am I? You're Penn Jillette. Although, you don't really sound like Penn. Well, you're a lousy impersonator. Well, maybe your voice is actually changed. I mean, we just traveled in the future. Six months. Really? Yeah. So was that younger than me sitting down there? That's right. That's you from six whole months ago. Wow. I looked so hungry. Well, Penn, do you remember anything from the past six months? Not a lot. Last thing I remember, we had a ventriloquist on Fool us. Guck mal, wie gut er... Guck mal auf sein Gesicht. Das ist so heftig. Er macht sogar noch Grimassen und so weiter. Wer ja spricht... Hey, wer spielt denn Teller? Oh, ho, ho, ho. I see you nailed down his voice. Okay, well, yeah. All right. Well, anyway, we actually are going to do a magic trick. I had, uh, Allison choose an emoji. Well, I'll take it from here. Earlier today, when Teller was taking his nap, I surgically implanted a stick of dynamite into his chest. Well, what's the trick? Well, I have to guess, Allison's emoji before the dynamite goes off. Before, uh, well, if you don't... Well, Teller goes interstellar, okay? Oh, ho, ho. Dynamite in Tellers Brust. Ich frage mich gerade nur... Also, wie echt diese Puppen aussehen, Mann. Das Ding sieht lebendig aus. Das ist so krass. Okay, oh, my God. Guck dir heute nicht in den Chat. Hä, ich gucke die ganze Zeit in den Chat. Ich hab dir neben dem Bildschirm. Now, Teller is covered. So, uh, what do we do? Now, I gotta try and find the emoji. Okay, all right. But first, the detonator. Okay, okay, that's back here, okay? All right. On goes the timer. And now, to find the emoji. All right. Check this out, okay? Look on the back of my head. It's a new reveal we're working on. A new reveal. Okay, I'm looking at your head. What do you see? Um, liver spots? No, not just any liver spots. They're in the shape of Allison's emoji, the three of clubs. Okay, well... Do you see it? I do see something. It's kind of like, actually, like a raised growth. I think you should probably get that looked at, Penn, but I gotta say that the three of clubs is not an emoji. It's not? No. Well, I can't turn off the detonator. What do you mean? Oh. Just try the off button isn't working. Do you know how to turn it off? Yeah. Well, can you turn it off? No. Why not? I didn't find the emoji. Oh, I know, but the timer's gonna go off pretty soon. Wow. Tell her, Peter. I'm gonna miss you, buddy. Okay, well, all right. Well, let's do it. What a senseless tragedy. That cloth costs 20 bucks. What was your emoji, Allison? The umbrella. He got it! Ooh. Hä? That's it. I'm Penn. That was Teller. And I'm Damien James. Thank you. Good night, doctor. Damien James! Wow, have you always done this for Pennant? Äh, Freunde? Ich weiß noch nicht, wie's euch geht. Aber ich bin gefühlt. Ich bin echt gefühlt gerade. Oh, da bin ich eigentlich. Ich hab keine Ahnung, wie das gehen soll. Donation! Hey, Mati. Endlich schaffe ich es, dein Stream live zu schauen. Ja. Hey, echt Respekt an dich, wie viel Mühe du dir in dem Schnitt gibst. Dankeschön. Ich bin selbst Editor und weiß, wie viel Arbeit das ist. Dankeschön. PS, hast du ein Datum für Somnium? Nein, hab ich nicht. XB, LG aus Bayern, P. Liebe Grüße zurück nach Bayern. Und sorry, Freunde, das hat jetzt vom Timing her sehr gut gepasst mit der Donation. Ich danke dir für die Donation. Aber ich mache eben wieder die Vorlese-Stimme aus, ne? Für die Fuller-Streams. Sorry, das hatte ich jetzt vergessen, vor dem Stream zu machen. Äh, genau, weil, falls Donations während eines Auftritts kommen, dann lese ich sie im Nachhinein alle vor und ignoriere sie erstmal, ne? Machen wir so. Danke, Tixo Edits, für diese Donation. Und, äh, ja, was schreibt ihr in den Chat? Äh, Idee, aber gefuhlt, 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 gefuhlt. Okay, gucken wir mal weiter, mal schauen, ob er auch per Nutella gefuhlt hat. Was schätzt ihr? Hat er sie gefuhlt, ja oder nein? Ich glaube nämlich, ganz ehrlich, das könnte ein Fuhler sein. Weil ich mir sehr, sehr, sehr schwierig vorstellen kann, wie man, äh, forcieren könnte mit solchen komischen Schildchen. Weil das sah halt wirklich clean aus, das sah komplett sauber aus. Aber wir gucken mal. Mal gucken. Hä? Moment. Achso, sorry, hab die falsche Szene angehabt. Okay, ihr glaubt, das ist ein Fuhler? Die Mehrheit glaubt, es werden Fuhler. Also, ich glaub, es wäre gut möglich, sagen wir mal so. Puppetry and magic and fake blood, yeah, so I thought, you know, what better place to do it than here, right? Nice. So you've given yourself quite a challenge to do ventri... Can you help me say that word? A ventriloquism and magic together. That's right, I thought it'd be kind of a neat challenge to, you know, see what I could come up with. Can you teach me how to be a ventriloquist? Or stay ventriloquist? Because I'm having struggles with that. Well, I see that the secret to being a ventriloquist, it's basically practicing in front of them, you're trying to talk without moving your lips, and, you know, and then from there, you know, holding on to a sock, and so you started with the sock, and now you're going to talk about it. That's right, yeah. Well, let's see if Penn and Teller had the handle on how you did it. All right. All right. Penn, Teller. Which ones? Present day. Boy, could not be more flattering. It's just, no, no, I mean that sincerely. I'm saying that, boy, to have someone go to all that work, it's stunning and very humbling. Oh, thank you. You know, when they rate variety acts, ventriloquists are always down there near the bottom with magicians. Yeah, yeah. But, you know, it's usually mimes, balloon animals, ventriloquists, hypnotists, you know. I think ventriloquists are actually much lower than what you said. It's just the absolute rock bottom. But if we're forced to put a ranking on them, I think we've done that. But, boy, we're just flattered and just loved it. And I actually love ventriloquists. And I can't believe there's actually a puppet of me, and a puppet of me that'll be useful forever because I'll grow into it. But I think we may have given you enough there as we were talking, didn't we? From what you were saying that you assumed that I forced the umbrella on... Yeah, yeah. There's no force involved. There's no force at all? No. It was a free choice and it could have been any one of the emojis that was chosen and any one of them could have appeared on the cloth. So, that means... I guess I mean, you fooled us. Yes. Da hatten die 90% von euch in Chat und der Mati Bergi recht. So sieht's aus. Glückwunsch an den Dude. Krass gefühlt, man. Also wie gesagt, mich hat er von Anfang an weggefühlt, weil ich halt wirklich davon ausgegangen bin, dass da einfach kein Force im Spiel gewesen sein gekonnt haben dürfte. Ja. Ja. Also, großen Respekt an den Dude. Cooler Typ. Okay, ich spüre ein bisschen vor. Ups. Jo, Freunde. Das war doch mal ein netter Fooler. Finde ich schön, wie ihr gerade auch abgeht im Chat. Das freut mich. Vielleicht die Reihenfolge erinnert. Ja, aber irgendwie muss das dann ja auch auf dem Tuch erscheinen, ne? Aber auf jeden Fall krass. Auf jeden Fall heftig. Ja, Mann. Ist schön, was ihr so in den Chat schreibt. Freut mich, dass ihr gerade auch vom FragmistertricksXL kommt. Und weil viele gerade gefragt haben, mittlerweile geht's eigentlich, ich bin noch ein bisschen müde natürlich von gestern, aber das ist mein Alltag, Freunde. Ihr habt gestern einfach meinen Alltag gesehen. So sitze ich von morgens bis abends da. Ich stehe morgens auf, gehe an diesem PC und lege mich abends ins Bett. Dieser halbe Meter da. Das ist mein Leben aktuell. So traurig das auch ist. Na ja, gucken wir mal weiter, ja? Der Roller hat bereits gehandelt. Können wir ihn ein Paar machen? Hier ist unser nächstes Akt. Hi, it's Kevin Chow here. I'm a magician and a cat mechanic. I'm born and raised from Hong Kong. Kevin Chow, den kenne ich doch. Der Fabian mal wieder. Das ist ja jetzt noch kein Act. Ups, jetzt hab ich auch so in den Vegas gestartet. Alles klar. Ist ja noch kein Act gerade. Der Fabian hat eine Donation rausgehauen. 10 Euro. 10 Euro ist ja ein Color Change, ne? Grüße aus Hamburg an den Berg, der je zum Propheten wurde. Warum denn Prophet? Aber, äh, du bekommst einen schönen Color Change von mir. Ich hoffe, ich flasht ihn jetzt nicht. Ich hoffe, er klappt jetzt mal ausnahmsweise. Weil irgendwie... Grüße aus Hamburg an den geilsten Berg, der je zum Propheten wurde. Yes, clean. Ja, nein. Fett. Alles klar. Ich danke dir für deine Donation. Danke, lieber Fabian. Und jetzt gucken wir weiter. Yes, daher kenne ich den. Das ist nämlich genau der Trick, den ich habe. Freunde, das ist genau der aus meinem Chatroulette-Video. Da wurde ich gestern noch drauf angesprochen. Daher kenne ich den Calvin Chow. Ich glaube, das ist der Typ, der dieses schöne Zauberkunststück hier erfunden hat. Moment, ich muss eben wieder das schließen. So, bitte zumachen. So, okay, gucken wir weiter. Ach stimmt, ich habe den Fuhler prophezeit. Stimmt, das meinst du? Okay, Fabian, jetzt habe ich es verstanden. From Hong Kong, give it up for the cardnastry of Calvin Chow. Nice. Hi, everyone. Hallo, everyone. Es ist Calvin Chow hier. Most people have this concept about magic, that they think magic happens in our hand. But actually, it's all up in your head. All magicians are doing is help you imagine the magic. Let me demonstrate. What I'm doing right now, is merely putting this into a shape of a deck of cards. But once I told you this, and once you start thinking, you'll actually pierce inside. Schon mal sehr cool. Ich mache ein bisschen lauter. All the cards are still blank. There's nothing on them at the moment. And I need someone to help me out. Mr. Penn, would you mind? Now, there are 52 cards in your deck, yes? Yes. And there are number cards and picture cards. Yes, there are. Which one do you think would be more difficult to imagine? Numbers or pictures? For me, pictures. And there are Jack, Queen, and King in the picture cards. Which one do you prefer? I would go with Jack. The Jack? And there are four suits in the Jack, right? Do you have a favorite? Oh, say clubs. Jack and clubs. This is a free choice, yes? Yeah, I have a chance. Perfect, thank you so much. Now, everyone, I want you guys to imagine. The card that I'm holding right now is actually the Jack of clubs. If you focus, you can sit slowly. Changes into a Jack. Of clubs. This is your first one? The first one? The first one? Thank you. Since we were already thinking of Jacks, let's imagine the other black jacks, Sherry, the next black jack would be the Jack of Spade. And this time, let's do it in slow motion. Okay, slow motion finde ich immer interessanter. Put your hands on the back, just there. And the center of the card. And you can see some color, which slowly appears front and back. And the color will grow into a body, the head and a complete Jack of Spade. Fett. Sehr, 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 sehr clean. Ultra clean. Das ist ja genau die Magic, auf die ich übertrieben stehe. Das ist genau meine Lieblingsmagie. Yes. Sehr schön. Das ist die Magie, auf die ich am meisten stehe. Das ist genau meine Magic. Oha. Boah. Was? Killer, Alter. Das geht noch weiter? Oh. 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 ...on the Ace of Diamonds like this. Because of the design of the stickers, it actually creates a very special optical illusion. Because it looks like the back of the card, right? The stickers. Once it's placed on top of the deck, it looks like there's a hole on the Ace of Diamonds, right? But because this is an imaginary deck, once you think it's a reality, it becomes the reality. Okay. And now, let's try this one more time. If you have a good imagination, you don't even need to use the stickers. And let's try this with the six of clubs here. Just imagine, the six of clubs as a whole, like the Ace of Diamonds. Just by merely thinking about it, would be enough. The change. The reality. Okay, das fand ich grad krass. And we can do the whole thing about together. We can even extend this. To the entire deck. Oha. Dega. Was auch immer das ein Gimmick ist, ich brauch das. All of those are just your imagination. A moment ago, those were not even playing cards. Those were just some blank piece of paper, right? And once you stop thinking, they will actually change back. Too blank. Not just one. Not just two. But every single one of them will go back to blank. Wow. Except for one. That only one. The Ace of Diamonds on a Table. But just like the other. This is nothing. But your imagination. So, if you stop thinking about it. You can actually see the Ace of Diamonds slowly. Disappear. Because from the very beginning, there were only two things. Your imagination. And peace. Oha, das war ja mal wieder so schön. Was ein schönes Finale. Oh, Maschine, Alter. Krass, Mann. Boah. Leute, das war, das war, das war, das war, das war, das war heftig. Das war, ich weiß nicht, ob ich das öfter sage, aber das war bisher wirklich mein absoluter Favorit in dieser Staffel. Wirklich, das, Alter, das, das ist mein Favorite bisher. Das ist heftig. Digger, das ist ja mal überkrass gewesen, Freunde. Was sagt ihr? Was sagt ihr, Freunde? Wie gut fandet ihr den Trick? Was glaubt ihr, ist es ein Fooler? Hat der euch gefoolt? Wie fandet ihr das Ganze? Schreibt mal euer Feedback gerade mal eben in den Chat, weil das finde ich eigentlich immer das Wichtigste, weil es ist ja nicht ohne Grund ein Livestream. Ich könnte ja auch ein Video draußen machen, aber so ein Livestream ist natürlich eure Interaktion das Schöne. Diese Menschen, die dann einfach bei sowas schreiben, Force oder Doublelift. Wenn du glaubst, dass das ein Force und ein Doublelift waren, dann, äh, ja, würde ich an der Stelle nochmal zweimal drüber nachdenken. Fool sein Stiefcousin. Yes. Okay, also ihr seid alle heftig begeistert davon. Finde ich cool. Ich bin auch sehr, sehr, sehr begeistert davon. Ich hab zwei, drei Problemchen mit dem Ganzen, aber ich, wirklich, 9,5 von 10. Wirklich, 9,5 von 10. Nur wie gesagt, zwei, drei Dinge fand ich, hätte man auch ganz bisschen eleganter machen können. Aber krasser Typ, wirklich heftig einfach. Gucken wir mal, was Penn & Teller sagen dazu, ja? How long have you been doing magic? Oh, da bin ich ja nicht. Moment, eben noch kurz die Donation von Mr. Tio Knochenreis. Ich danke dir für diese Donation. Dankeschön. Oh, oh, oh ja. While we're in a long time, about like 10 plus years. Wow. I lose count. Do you perform in Hong Kong? Oh, a little bit. I'm not a professional, but sometimes I do get to do shows in Hong Kong. Oh, really? Ich fühle mich, dass das dir helfen wird, nicht wahr? Ja, sicher. Ja, sicher. Ja. Danke, alle. Und was machst du noch? Das ist das Problem mit den meisten Magisten. Wir machen nichts anderes, außer der Magie. Sie schreiben viel. Sie sprechen nicht mit uns, sie schreiben einfach. Was denkst du? Warum schreiben die so viel? Ach, die zeichnen. Ich habe ein paar Tricks, und das ist meine Strategie. Es gibt eine ganze Menge, ich weiß nicht, wie viele ich durch sie sehen kann. Wie viele Tricks waren da? Kannst du mir das erzählen? Oh, wow. Ich habe mich selbst verloren. Okay, wir sehen uns, ob Penn und Teller können, wie du all diese Tricks gemacht hast. Penn, Teller! Ja, es gibt so viele Tricks, die du nicht konntest, oder? Ja, es gibt so viele Tricks. Und da ist vieles Werte. 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 Ich meine, es ist acrobatisch. Es ist unglaublich, unglaublich, was passiert. Und auch, ich liebe das, dass da ein Plot, außer dem Find-A-Card. Oh. Es ist nichts mehr Powerful, als einfach jemand zu name eine C-Card. Und dann zu können, dass du mir kräft mit dem. Ich liebe das. Ich liebe das, dass du wirklich magisch-A-Card hast. Du wirst nicht sagen, pick a card, zu holen. Du wirst eine Name. Und du hast das. Und dann ist alles so visual und schön und sehr, sehr, sehr. Ich liebe das, dass es ein visceral-Akt, und du geteilt die Zuschauer gaspungen und machen. Und da sind so viele Dinge, unsere Notes. Und da sind so viele Puns und Names we'd have to reference, that I can't do it. There's a zillion things. So Teller has written down a few things that might enlighten you as to what we thought. Oh, wow. That's just Teller writing out that he's offering him money if he backs down. Pretty much. Pretty much it. Oh, die haben's erkannt. Danke, Josta, für die Donation. Oh, da bin ich eigentlich. Okay, krass. Ja, die haben wahrscheinlich auch genau das angesprochen, womit ich so mein Problemchen hatte. Ich hatte ein kleines Problemchen damit, ne? Und, äh... Ja. Also, er hat versucht, alles recht zu fertigen, was er tut. Aber ich kann dazu nur sagen, in meinen Augen, äh, waren da Dinge nicht 100% gerechtfertigt. Und das war vor allem das Problem dabei, dass er nicht gefühlt hat, denke ich mal. Aber, heftiger Typ, ganz, ganz fetten Respekt. Kommen wir zum nächsten Kandidaten, liebe Freunde. So, don't go anywhere! Und nochmal hin. Und nochmal hin. Und nochmal hin. Okay, Schauspieler, also. Okay, Schauspieler, also. Das war ein Geschenk für Menschen. Ich habe angefangen, über Magik in dieser Weise. Für mich ist Magik eine Möglichkeit, etwas Glück und Wunder in Menschenleben zu bringen. Süß. Süß. Sehr cute. Bitte willkommen, die scharpe Minder von Joshua Loza. Vielen Dank. Guten Abend. Wow. Okay, Freunde. Ich sehe gerade im Chat ganz, ganz, ganz viele Fragen und ganz doofe Antworten auf diese Fragen. Ganz schnell. Kurz zu Penn und Teller. 20 Sekunden und dann gucken wir weiter. Warum hat Penn diesen roten Fingernagel? Das ist eine Erinnerung an seine Mama, weil seine Mama zu ihm gesagt hat, ey, du bist ein Magier, die Leute gucken auf deine Hände, bitte pfleg deine Hände. Und das ist eine Widmung an seine Mama. Warum redet Teller nicht? Weil Teller sich dagegen entschieden hat zu reden. Er kann reden, aber er entscheidet sich in der Rolle des Teller sozusagen, in der Rolle des Magiers nicht zu reden, damit die Leute sich erstens damit eher und auch die Leute sich eher auf die Magie selbst konzentrieren können. Und deshalb passen die im Doppelpack so gut zusammen, weil Penn redet und irgendwann konzentriert man sich eher auf Penn und Teller kann in Ruhe die ganze Drecksarbeit machen. So, soviel dazu. Er hat mich genervt, dass hier so viele falsche Antworten gerade im Chat waren. So sieht's aus und jetzt gucken wir weiter. Mein Name ist Joshua und ich bin jetzt hier, weil etwas, was Albert Einstein gesagt hat. Und das meiste schönste, was wir erleben können, ist das mysteriöse. Also, ich bringe etwas mysteriöses mit mir. Diese kleine waldene Box. Und bevor... Allison, würdest du mich hier mitbekommen? Allison Hannigan, Damen und Herren? Das ist sehr mystisch gerade. Es ist alles konzentriert. Genau, jetzt... Ich mag den Ziel gerade. Allison, du und ich können ein Spiel zusammen spielen. Ich weiß! Danke! Aber erstens, würdest du wissen, was in deiner mysteriösen Box ist? Ja! Nein! Nein! Natürlich nicht! Oh, genau! Genau! Ich gebe dir einen Hinweis. Okay. In dieser Box ist ein Tier. Hier geht's. Okay. Wenn jetzt das ganz5 Minuten messen, dokumentieren Sie manchmal alle? welche Wolden ist? In Ihrer Box? Na, was? Ich zeige es Ihnen. Uwe werden Sie, ugerache alle... Util Możji gar nicht allein, aber wuffren Sie! thick, Frau Schuss, 실�该 kommen wir life, Danke, Camilla, für den lieben Kommentar. Okay, es soll einfach immer das Gegenteil sein. Ja, also sie hat Redewendungen gesagt, aber sie sollte sie falsch machen. Also sie hat Antworten geredet. Also zu Ende. Ja. 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 Okay, sie sagt, da ist ne Ente drin. Nein, 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 so ein Bild ab und dann das. Nein, nein, nein. Okay. Joshua Malba. Oh, wow. That was so fun. That was awesome. Thank you. You did great. Yay, so did you. Oh, thank you. I didn't realize how hard the itsy bitsy part would be. I know. It's like everybody thinks it's good, but your mind has so many preconceptions. Absolutely. You break and then apparently you get it right. Yay. I'm a quick learner. Very nice. Okay. So how did you get into magic? Well, I had started to do some volunteer work around the world. And then one day we had to believe in them. But there were a lot of people gathered around something that happened. And so it was a bunch of people gathered around a street magician. And I couldn't really see what he was doing. So what I had to do instead is watch the people watching the movie. Yeah, so that was definitely not a fool. And that was funny. That was funny. And there were smiles. People knew each other. We were talking to each other. We were talking to each other. And then I was just shocked. I got shocked. I got shocked. So I was thinking about it. And I just stayed with you. And then I was involved in being here with you. And that's why I do mentalism is because I get to connect with people and have these moments that are about us rather than about necessarily just about stuff. Yeah. All right. Well, let's check in with Penn and Teller. Penn? Teller? Well, Joshua, I want to compliment you. But I can't get to you before I talk about how good the guys in the lion and chicken suit were. Good walking animal costumes. I felt like the chicken had a chicken quality and the lion had a lion quality. It was really, really nice. I love people in animal suits and I love animals in people clothes. Both of those things amused me tremendously. I also like your mentalism. Oh, da bin ich euch. Dankeschön. Lieber Zero Place. Bist der beste deutsche Maria. Danke. Okay. Lie it by 20 and who's thinking of a house. And all that stuff about the itsy bitsy and all of that, putting all that stuff in her head, giving us other stuff to think about, to worry about. You gave us a lot to worry about. And you're also an experienced performer, which is very nice to see. You know about all the ins and outs of show business. And Teller and I, I'm afraid, after 43 years, perhaps we know more about the outs. But we've been on both sides of it. And it's good to see someone doing a doing a great show like that. And I want to say that I was going to go with turkey and not duck. And I wish I don't think I would have screwed you up on that. I think I'd be covered. So you have an idea what we're talking about? Yes. So you didn't fool them? That's right. That's correct. Oh, but you certainly entertained us. It was a treat to be with you and a treat to be with you all. Yes. Thank you Joshua. Thank you so much. Thank you. Thank you. The only thing is the circuit to reveal more fantastic magic after the break. Including a performance by Penn and Teller. So stick around. so freunde 10 minuten wird die folge noch liebe friends we hide all our magicians from penn and teller until showtime and then we roll a little video like this there are two maria the magicians one system is cv is dennis the menace of magic my other side is a curator of magic history when somebody finds a random magic box I'm the guy that called I love old Hollywood I love old show business in my collection and now the first magician Ich habe einen eigenen Tuxedo zu spielen. Ich habe einen Bauch aus dem originalen Dunes Hotel. Der Chandelier über das ist von der Frank Sinatra Suite auf dem Riviera Hotel. Die Geschichte der Magik ist sehr wichtig für mich, weil die Magikern, die vor uns kamen, haben den Weg, um uns zu folgen. Mein Mentor war Marvin Roy, a.k.a. Mr. Electric. Heute fahre ich mit einem seiner Signature-Effekt zu machen. Es ist mein Weg, das Licht aufzunehmen. Für Mr. Electric. Schön. Bitte willkommen, Murray Sawchuck. Penn Teller, es ist wirklich honnend zu sein. Danke für mich auf deine Show. Und wie du in dein Leben hattest, wie ein Lehrer und Mentor, der legendärer, Mr. Johnny Thompson. Ich hatte auch einen Mentor, Marvin Roy. Mr. Electric. Er ging auf die Szene. Und der Grund ist, weil er in der Hand ist, für 50 Jahre, er tourte die Welt, lighting light bulbs. Es ist ein phänomenal act, mit ihm und seiner Frau. Er spielte Lido in Paris, er öffnete Stardust Casino, hier in Las Vegas. Er tourte mit Liberace für über 5 Jahre, er spielte Radio City, Musikhall in New York City. Er ist eine legend. Er ist noch live. Er ist 92, in Palm Springs, California. Und er war nett genug, zu donaten und mir einen von seiner Effekte, von seinem Akt, zu performen. Und das werde ich heute Abend machen. Es betrifft eine 500-Watt-Light bulb und eine Pizze von Milch. Los geht's! Okay. Ah! Copyright geschützte Musik. Alles klar. Dann komm ich hier einfach mal wieder und ich mach die Musik drunter. Okay. Eine Lady mit einem langen Kleid kommt auf die Bühne und sie gibt ihr das Stromkabel und er schließt die Glühbirne an an das Stromkabel und sie hält die Glühbirne fest. Alles klar. So weit, so gut. So. Jetzt hat er hier eine Schultüte und er grinst. Okay. Alles klar. Jetzt greift er in seinen magischen Koffer rein und da befindet sich ein Milchbottich. Alles klar. So. Er gießt die Milch in die Schultüte hinein und mich wundert, dass die Schultüte unten nicht weich wird und aufweicht und die Milch nicht rausfließt. Also, wo ist die? Oh! Genau das meinte ich. So. Alles klar. Aber das war ein schöner Konvinzer. Das hat er gemacht, damit es echt aussieht. So. Da ist die Glühbirne und da ist die Milchtüte. Und was macht er jetzt? Die Milch ist verschwunden! Uh! Und... Adiopp! Die Milch war die ganze Zeit in der Glühbirne! Uh! Sehr schön. Das ist wirklich cool. Also wie alt ist der Trick? Das Trick ist über 60, 70 Jahre alt. Das Version. Und das ist die Version, wo er mich verletzt hat. Hä? Echt schöner Trick? Wirklich, wirklich. Schöner Trick. Das hat mir gut gefallen. Ja. Okay, ich spüre jetzt einfach mal ein paar Sekündchen vor mir. Ja? Ja. 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 Genau. Ja. 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 Genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Ja. 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 Ich freue mich sehr, dass du mich anzuhalten. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für dich. Danke. Danke. Danke und ich um wieder zu sehen. Sehr schön. Uff! Nachdem Penn und Teller einen Trick vorgeführt haben, führt der Mati Bergi einen Trick vor. Ja, ich habe was Kleines für euch vorbereitet. Okay, let's go. Ja, boy. Hier sind die längsten reingegangen Headliners in der Geschichte von Las Vegas. Penn & Teller! Alright, let's go. We love what we do. We'd like to go on full of people forever, even after we're dead. Especially after we're dead. And for that, we need your help. Here's all you have to do. Get yourself somewhere that has internet access. Get yourself a deck of cards. Have a pen and an envelope handy. Invite your friend over. Hey, friend, want to see a card trick? No, 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 no. This is going to be great. Look at that deck of cards. Look at them. They're all different. Now, good. Shuffle them up any way you want. Shuffle up really good. When you're done shuffling them, put them face down right here. Now, do you know what time it is? Okay, take this envelope. Take the card you shuffle to. Put it in the envelope. Drop it right in there. And then seal it up. And write your name. Now, put it in your pocket. Beautiful. Okay. You know, I sure do love magic. My favorite magician were those old guys. You know, the ones with the TV show called, I'm making a fool out of myself. Too bad about them, huh? Oh, didn't you hear? They were doing this trick where they catch bullets and their teeth underwater with sharks, and they had a bad night. They're gone. I'm sure it's true. I saw it on TMZ. See for yourself. Here, let's open a search engine right here. Now, just type in Penn and Teller Grave. Now, check this out. There it is right there. Now, look at that. Right there. Yeah. There's your grave right now. Now, what does it say there? Take out that envelope. That card you cut to. After you shuffle the deck, you put the card to the envelope, right? And you put your name on it, and you sealed it. What card is that there? It's the same card that's on the grave. The three of clubs. This is... From the grave, Penn and Teller have fooled you again. Now, there you go. What could be better? The punchline to a card trick delivered from beyond the grave. And you don't even have to wait until we're dead. Although, that'll make it even better. How does it work? You use a card force. A really great one. Before your friend comes over, take the three of clubs and place it just underneath the envelope. Have your friend examine the cards. Have your friend shuffle the cards. When you ask them, what time is it? That's called misdirection. It gives them something to think about while you pick up the envelope with the card and lay it right on top. They think it's the card they shuffle to, but it's really the top card, the three of clubs that I put down with the envelope. Have them take that card, put it in the envelope, write down the time and then seal it up. And all you've got to do is go to the internet and type in Penn & Teller grave. All those photos, you know where those are from? We didn't Photoshop a lot of fake pictures. Nope. That's a real grave marker at one of the coolest and most beautiful cemeteries in the world. Forest Lawn Hollywood Hills in Los Angeles. Yeah. We got a grave before we're dead. Fett. 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 That means you live in Southern California if you're vacationing there with family or friends, you can do the trick in even more spectacular way. You can take your friend to our real, no kidding grave at real, no kidding Forest Lawn. Visit a couple of movie star graves. Alles klar. Interessant. And just to show you the kind of reaction you might get, take a look at this video that was sent to us by a family who tried it on their children. Did you bring an envelope with you? Do I open it? Yeah, go ahead. What is that? The magic trick. That's what they did. What? All right. All right. Fett. Oh, wie süß. Das hat er ja süß gesagt, der Penny. Das ist ja cute. Habt ihr alles verstanden, Freunde? Das ist ihr Vermächtnis. Das möchten sie so weitergeben. Und das würden sie sich wünschen, weil sie auf diese weise weiterleben. Das ist cute. Das ist süß. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt auch noch mal einen kleinen Kartentrick. Die Hardcore Mr. Trixel Zuschauer, die kennen den vielleicht sogar schon. Und zwar folgendes. Ich mische die Karten einmal durch. Und der Zuschauer darf eine Karte ziehen. Sagen wir mal genau die hier. Das wäre in dem Fall jetzt die Karo 3. Bitte merken und nicht vergessen. Die Karo 3 verlieren wir hier schön im Kartenspiel. Wie ihr sehen könnt. Und wir heben auch noch ein paar Mal ab. Okay. Und was dieses Abheben gebracht hat, ist folgendes. Die Karo 3 könnte jetzt oben gelandet sein, in der Mitte gelandet sein, unten gelandet sein. Sie könnte sich irgendwo in diesem Kartenspiel befinden, korrekt? Aber ich glaube, die Karo 3 könnten wir finden, indem wir auf diese Karte hier hören. Weil diese Karte hier uns jetzt ausschlägt. Ja. Ich glaube, die Karte macht eine Aussage darüber, welches Symbol die Karte hat. Karo. Tun wir mal so als... Ja, eure Karte ist eine Karo-Karte. Tun wir mal so, als hätte ich noch nicht gecheckt, dass das eure Karte wäre. Ja. Das Schöne ist, weil die Karo 3 hier liegt. Wir machen mal folgendes. Diese Karte hier verrät uns jetzt die Position eurer Karte, okay? Ist jetzt eine 4 in dem Fall. Okay. Also 1, 2, 3, 4. Jetzt bin ich doppelt verwirrt, weil ich wollte, dass die nächste Karte das Symbol der Karte sagt. Das war eine Karo-Karte, aber halt die Karo 3. Deshalb habe ich sie hier hingelegt. Und jetzt habe ich eine 4 gezogen und an vierter Stelle lag die Karo 3. Das ist verwirrend, weil... Ja. Aha. Okay, Freunde. Ja, ich musste gerade ganz spontan sein. Ja, das war mein kleiner Trick zum Abschluss noch einmal. Und den befreue ich wirklich häufig. Ich mache ihn eigentlich immer ein bisschen anders, aber ich habe gerade realisiert, ich habe die Karte ja gesehen, ich Idiot. Deshalb konnte ich nicht schauspielern, dass ich nicht weiß, dass das eure Karte ist. Aber ich hoffe, euch hat dieser kleine Trick gefallen. Und ich gebe euch sogar noch einen kleinen Tipp fürs Ende, weil ich hier gerade die 4 Asse liegen habe. Und ich habe gerade so an den Amsie-Count gedacht. Kleiner Tipp für eure Amsie-Counts und sämtliche False-Counts. Wenn wir jetzt beispielsweise das Pikass hier verstecken wollen in einem Amsie-Count, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könntet den so machen und das Pikass ist versteckt. Oder ein kleiner Convinzer einfach die Karte nach unten ziehen, die ihr jeweils ziehen möchtet. Okay, also zack, zack, ups, jetzt habe ich gerade falsch gecountet. Nach unten ziehen. Dadurch wirkt der Amsie-Count noch mal sehr viel authentischer. Ja, noch einmal. Zack, 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 zack. Das sieht direkt authentischer aus. Ja, also das ist ein kleiner Tipp. Den habe ich tatsächlich von Jay Sankey. Einfach nach unten ziehen bei False-Counts. Und so versteckt ihr hier schön das Pikass. Und jetzt, liebe Freunde, sage ich danke, dass ihr mit dabei wart bei diesem Stream. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns, Moment, heute ist ein neues Video angegangen. Falls ihr fragt, Mr. Tricks erinnert und ich gesehen habt, solltet ihr das bitte jetzt tun. Ich rede da über das Thema, was mache ich, wenn der Zuschauer mich fragt, darf ich mischen? Was mache ich dann? Davon handelt das Video. Schaut euch das Ganze auf jeden Fall an. Und ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Und beende den Stream an dieser Stelle. Danke an alle fleißigen Donationspender, die heute dabei waren. Danke an alle Moderatoren, die mir geholfen haben, im Chat aufzuräumen. Danke an alle, die das hier angeschaut haben. Und bis übermorgen um 14 Uhr zu einem besonderen Video. Bis dahin, euer Mati Bergi. Und tschüssi Kowski. Ciao, ciao.